Kommst du, Frank? Essen ist fertig. Aber ansonsten lief das Date gut, ja? Er ist nett, etwas schüchtern, aber auf eine charmante Art und Weise. Was machst du? Ich zähle nur kurz meine Kalorien, nicht so wichtig. Bist du ein Kontrollfreak? Nein, das würde ich nicht so sagen. Willst du mit zu mir kommen? Lebst du alleine hier? Ich habe einen Hund. Du sagtest, du hättest einen Hund. Keinen verdammten Mann in einem Hundekostüm. Aber behandle ihn unbedingt wie einen Hund. Nicht wie einen Menschen. Die Welt ist ein grausamer Ort. In Gruppensituationen tue ich mich schwer. Bin nicht so gut im Umgang mit Menschen. Frank musste sehr viel durchmachen. Und keiner war je für ihn da. Außer mir. Ich glaube, als das endete, war Frank der Einzige, der mich so mochte, wie ich war. Ich hab mich über die Kinder, die ich partein. chili, als das, habe ich gemacht. Ich versuchze mich. Ich versuchze mich. Alles in der Baal zusammenbevorfutzen.